Dieses Video wird unterstützt von SpielenXXL.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Hallo und herzlich willkommen zu Retroplay. Hallöchen! Wir gucken uns heute wieder ein C64-Spiel an. Und zwar müssen wir in ein Spukschloss. Wir müssen dort Schätze finden. Schätze! Schätze ist immer gut. Auch eines meiner allerersten Spiele. Eines meiner, zu den ersten, gehört zu den ersten 10 C64-Spielen, die ich hatte. Oder glaube ich sogar zu den ersten 5. Und zwar, also genau, das Spukschloss von Quelle Soft. Ah! Also in Deutschland von Quelle vertrieben. Im Englischen heißt es Spiel Secret of Condor. Das wäre auch im Deutschen viel zu kompliziert gewesen, das Ding, das Geheimnis von Condor zu nennen oder so. Ja, aber es ist so ein bisschen... Das Spukschloss klingt so ein bisschen kindergerecht so. Ja, und die Cover-Grafik ist auch, glaube ich, kindgerechter, als sie im Original ist. Im Original ist so ein Kettensegel. Aber es ist auf Deutsch. Also es ist auch im Spiel... Es ist lokalisiert worden. Es ist lokalisiert worden. Und ja... Worum geht es denn da jetzt mal so in zwei Sätzen? Du musst in das Schloss und Schätze finden. Und es ist schwer. Auf Level schwer von 1 bis 10 sind wir so bei 17. Auf Level zwischen 1 und Hexenküche ist es, glaube ich, bei 8. Okay, dann in diesem Sinne. Und ich würde sagen, der Hagen darf das gleich als erstes mal ausprobieren. Und damit wünschen wir euch ganz besonders viel Spaß. Tschüssi! Das Spukschloss von QuelleSoft. Wir sehen hier einen Schlüsselhaken. Frohlockt schon innerlich. Ich habe schon Tschüssi gewünscht. Ich habe schon viel Spaß. Es ist klar, was jetzt kommt, oder? Ja, ich habe dich aber abgewürgt, Hagen. Es ist alles gut. So, wir gucken uns das erst mal hier an. Und da ist schon... Ich glaube, der Hagen darf einen anderen Joystick verwenden. Für C64 und PC128. Also der C128 ist auch... Habe ich 1985 gekauft. Ist also vermutlich von ungefähr 85, weil wenn der C128 draufsteht, der ist 85 erschienen. Kann das auch nicht viel früher gewesen sein. War da irgendwas shit da? Ne. Made in the UK und ursprünglich von Ocean und in Deutschland eben von QuelleSoft vertrieben. Copyright 85. Ocean Unlimited steht auf der Kassette. Ja, läuft. Also. Bla, bla, bla. C64 gedacht. 100 vollanschauliche Szenen. Eine außerhalb und der Rest innerhalb des Schlosses. Das Spiel bietet Aktionen und Logik mit über 100 Türen, die zu durchschreiten sind. Also Google-Übersetzer gab es noch nicht, aber... Bisher finde ich es sehr, sehr berauschend. Du bist eine Location außen, es gibt über 100 Türen mit 100 Mal durchschreiten und das ist... Und es gibt 4 Milliarden Monster, die alle gleichzeitig auf dich einstürmen. Das fehlt jetzt noch. Okay. Ich habe es rausgezogen und pumpte. Okay. Ziel. Das Königreich hat keinen Herrscher. Das Schloss liegt verlassen. Der Spieler muss das Geheimnis des Spuk-Schlosses entdecken. The Secret of Condor. Ah. Methode. Während du durch das Schloss wanderst, musst du vielen Gefahren ausweichen, wie zum Beispiel den Bösewichtern, den bösen schwarzen Vogel und den Rappen. Ungefähr die Hälfte aller Spielorte können relativ einfach aufgesucht werden, aber die andere Hälfte befindet sich hinter verschlossenen Türen beziehungsweise hinter scheinbar unpassierbaren Bösewichtern. Um durch eine Tür zu kommen, müssen zwei Gegenstände getragen werden, der richtige Schlüssel und ein anderer Gegenstand. Der richtige Gegenstand kann manchmal die Bösewichter besänftigen. Du kannst zwei beliebige Gegenstände gleichzeitig tragen. 25 Gegenstände stehen zur Verfügung, die verstreut an den verschiedenen Orten, meistens hinter verschlossenen Türen, anzufinden sind. Du kannst einen Gegenstand aufheben oder einen anderen fallen lassen, indem du über den Gegenstand am Boden hinweg gehst. Du kannst auch über ihn wegspringen, wenn du ihn nicht aufheben willst. Es müssten vier Talismane gefunden werden, bevor das Geheimnis entdeckt werden kann. Das kommt mir so bekannt vor, hast du das in den Jahren mal gespielt. Nee, stimmt nicht. Also wir haben, wie hieß das? Schreckensteine haben wir gespielt. Ja, und da war doch auch mit Sammle 10.000 verschiedene Gegenstände ein und Schlüssel und stirb. So ähnlich. Das war auf dem Atari, aber es ist ein völlig anderes Spiel. Das Geheimnis des Spukschlosses liegt hinter der letzten Tür verborgen, die sich nur dann öffnen lässt, wenn du alle vier Talismane gefunden hast. Kannst du das Geheimnis des Spukschlosses entdecken? Das Spiel lässt sich sehr einfach beginnen. Ein kleines Kind würde sehr viel Spaß daran finden, bloß im Schloss herumzuwandeln. Es erfordert jedoch vorzügliche Orientierungsfähigkeiten, Planung und Ausdauer, um alle Türen zu öffnen und das Geheimnis zu entdecken. Das Spiel beinhaltet viele Merkmale eines klassischen Abenteuers, wie zum Beispiel Labyrinthe und Verbindungsgänge, aber auch genügend Aktionen und eine äußerst schwierige Lösung. Äußerst schwierig. Vielleicht ist es auch zwischen Eins- und Hexenküche irgendwie auf Neun. Das Schloss ist in sieben Geschossstufen unterteilt, die von unterirdischen Gängen bis zu den Spitzen der Türme reichen. Und, Hagen, ich erinnere nochmal, du brauchst für die Türen einen Schlüssel und den passenden Gegenstand. Und den Gegenstand sehe ich aber nicht, das weiß ich erst, wenn ich tot bin. Oder steht der da irgendwie? Also, es gibt 25 Gegenstände und wahrscheinlich auch 25 Schlüssel. Ja. Das heißt, du musst, um eine Tür zu öffnen, musst du 25 mal 25 Kombinationen je Tür, die du durchprobieren musst. Aber du kannst nur einen Gegenstand immer gleichzeitig haben, vermutlich mal. Und dann darfst du sie alle einsammeln. Zwei Gegenstände. Und du darfst sie nicht irgendwie einsammeln, die anderen. Nein, du kannst nur zwei tragen. Ja, ja. Also, es ist ein... Das macht es viel einfacher. Genau, es ist viel einfacher. Selbsterklärend. Max Montezuma sagt, Hagen schafft das gleich im ersten Versuch. Siehst du, der Twitch-Chat feuert dich an. Feuert mich hier. Hagen, du Niete, Tuas! Nimm die Urne! Wir probieren das jetzt einfach mal. Und gucken mal rein. So, und da sehen wir schon, das... Das ist das gleiche Schloss. Jedes Bild und das Schloss. Das Spuk-Schloss Quelle Soft. Sehen wir, wie gesagt, lokalisiert. So, ich glaube, er braucht jetzt ein bisschen zum Laden, aber ich mache mal Warp-Modus. Im Emulator ist der große Vorteil. So, das Spuk-Schloss. Anleitungen. Brauchen wir nicht. Das Geheimnis vom Spuk-Schloss liegt tief in der Burg verborgen. Um das Geheimnis zu entdecken, müssen sie alle Türen öffnen. Lalalala. Joystick mit Eingang 2. Dann drückt doch mal Feuer. Wo bin ich denn? Das da? Ach, das da. Was ist denn jetzt? Du hast... Ja, du... Das ist der Infobildschirm. Dann halt doch mal gedrückt. Ach so. Ich kann nicht. Dennis ist... Dennis, soweit ich... Sie tragen den kleinen Schlüssel, den großen Schlüssel. Sie haben null Orte besucht. Ihre Punktzahl ist null. Sie haben drei Leben übrig. Kann ich jetzt diesen Schlüssel da benutzen? Wie benutzen? Nehmen den da, der da rechts... Ihr muss drüber laufen. Ich kann nicht nach unten. Nein, drüber laufen. Einfach nur laufen, drüber laufen. Nicht aufnehmen, nur drüber laufen. Einfach nach rechts. So, jetzt hast du den aufgenommen. Ach so. Und wenn du jetzt... Jetzt hast du den kleinen aufgenommen. Jetzt hast du den großen aufgenommen. Jetzt hast du wieder die beiden Schlüssel, die du am Anfang hattest. Jetzt hast du... Geh nach unten. Nach unten. Jetzt hast du den großen Schlüssel und den Messing-Schlüssel. Genau. Das hast du noch nicht so genau. Jetzt hast du den Messing-Schlüssel und den kleinen Schlüssel. Wenn du es nicht nehmen willst, musst du drüber springen. Wie springt man? Feuer. Ich geh jetzt mal da rein. Weil sowieso die Welt-Schlüssel ich brauche. Das ist ein Monster. Und den kann ich... Aber ich kann nicht schießen. Nee. Kann nur in die andere Richtung rennen. Ja, jetzt wird es klassisch von der Musik her. Da musst du springen und dann kannst du hochgehen. Springen. Nee, jetzt ganz hochgehen. Ach, da haben wir mit der Hagen hier. Ah! Hübt doch! Wo steht jetzt hin? Ja, die Türen. Wo sind denn Türen? Da war noch jede Menge Türen. Wo waren da Türen? Da sind vier Türen. Ja, verschlossen. Wie kann ich die Öffner? Da unten in der Mitte, die hat keinen Schloss. Wo? Die Tür, die schwarze. Wo hat die keinen Wasser? Die hat doch keinen, oder? Nee, doch, die hat auch einen Schloss. Die Rattel läuft drüber. Tod. Mein Gott, Quelle hat Soft hat Castlevania vorweggenommen, sagt King Bongo. Sobald du den Joystick auch nur anatmest, siehst du diesen blöden Stink-Spring. Ich sehe den Hagen schon kurz vor Rage-Crit, dabei hat er gerade erst angefangen. Ich habe das Spielprinzip noch nicht verstanden. Ich gebe es gerne zu, aber der Typ sieht niedlich aus. Da komme ich nie durch, oder? Komme ich da drüber? Weiß ich nicht. Der Moria sagt, es sieht aus wie Fright Night auf dem Omigar. Der macht nix. Die deutsche Klinik sagt, es gab sogar eine Compilation mit dem Titel Action mit Quelle. An der Maus gestorben. Ratte. Ratte, wie auch immer. Magst du das, die Schlüssel durchzuwechseln? Ja. Okay, das war... Wie viel Leben habe ich eigentlich? Du hast gerade das Spiel von vorne angefangen. Ah, habe ich. Also, Senderfall, komm. Das ist ja was eine Quälerei. Ich verstehe überhaupt nicht. Also, ich habe noch nicht verstanden, was ich tun muss. Dann haben wir ja hier die Anleitung. Ja, du hast sie wieder vorgelesen. Du musst mir hier spielerisch zeigen, was es ist. Denkst du, dass ich gehe mal wieder rein? Ah, da ist ein Gang. Wo wusstest du, dass da was ist? Ich habe das halt schon mal gespielt. So, wir müssen jetzt irgendwie hier Gegenstände finden. Und Schlüssel, sieht doch ganz einfach aus, sagt Max Motte-Zimmer. Da ist was Grünes. Kannst du jetzt eigentlich auch wieder hochlegen? Uh, das war aber knapp mit der Ratte. Ups. Ja. Die Musik ist so richtig grusel-schlossig. Grusel-Schloss-like. Ja. Nehmen wir mal nach unten. Da kannst du durch. Ne, man muss immer so langsam. Man muss erst warten, bis er einmal geschlagen hat. Was höre ich auch auf dich? Hier runter und dann nach rechts. Genau, da ist eine offene Tür. Da gehen wir jetzt mal hin, weil hier sind ja meistens hinter Türen. Die jagt dich. Auf, Patien. Echeln. Ein Leben übrig. Mach doch mal was. Ja, ich bin fast gestorben. Da ist nix. Ja, da ist nur ein Todesfall. Zum Beispiel Fledermäuse, die von unten kommen. Nicht? Ja, ich dachte, dass ich woanders bin. Nein, du bist nicht woanders. Du bist genau da, wo du eben schon warst. Gleicher. Ah, nur da. Ja. Aber dafür war die Maus weg. Ja. Kaffe. Achtung. Das ist gar nix. Immerhin keine Todesfalle. Ja. Man muss ja schon dankbar für alles sein. Auffassen. Bremsen gilt nicht. Ja. Ist das immer eine andere Map? Also sind die Gegenstände woanders und so? Weißt du das noch? Keine Ahnung. Die Musik passt zu meinem emotionalen Zustand jetzt gerade. Da hat man wohl gesagt, allein von Zuschauern her bringt es ihm schon kurz vor Ragequid. Und auf die Taube achten. Da. Mach noch mal und gewinne mal was. Ja, es ist riesig. Ich weiß. Geh mal hoch. Da war ich ja eben. Das sah ja viel einfacher aus bei mir. Ich habe dich schon bei dem grünen Frettchen da. Da ist auch hier irgendwie so ein Typ da. Ah, die sind oben. Auch passend. Stay focused. Da oben gibt es aber nix. Wieso gibt es da nix? Ja, da gibt es doch. Ja, da hüpf. Ich kann ja da nicht weiter. Da ist doch hier. Und das ist halt links am Rand, aber du musst nach rechts einfach. Ja, aber da ist ja auch Mauer. Ach, doch, da ist Mauer. Ja, da ist auch Mauer. Passt an den Gegenständen nicht. Du musst hier weiter nach links. Und schön, dass die Taube da. Jawoll. Das war aber eh. Die bewegt sich ja auch noch. Durch die, durch die, ich wollte es gerade sagen, aber du hast das so kritisch gemacht. Ja, ich dachte, dass der einfach nur hoch und runter, aber bewegt sich auch noch in x-Richtung. Der Hintergrund ist hart anzusehen, sagt Sandor Taklis. Ja, ist ein bisschen dieses Samt im Grün. Aber gut, dass zum Beispiel die türkisene Tür sich überhaupt nicht mit dem Hintergrund grün beißt. Da ist einfach irgendwelche Farben. Jetzt geht es ja wieder zurück. Da ist was. Eine Taube. Ein Huhn. Braucht ein paar Cent, das Huhn bewegt sich. Ja, aber ich brauche irgendwelche Gegenstände, um an dem vorbeizukommen, um dann das andere nehmen zu können. Es geht nicht anders, Dennis. Du musst runter. Du musst die Taube, äh, das Huhn wegmachen. Und schon sagen, bleibt jetzt nicht schön. Wird nicht gebremst. Tata von Bach war das eben, ja. Da, ich kann sie nicht. Kann sie nicht, muss runter. Bestimmt sind die Vögel gar keine. Sondern extra leben, weiß genau. Langsam kannst du auch springen. Ah, da unten ist ein. Der Zombie sieht sich anders aus, ja. Die graue Ratte, die kommt gleich von links. Springen, 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 springen. Sehr gut, da ist sie. Achtung. Drüber. Sehr gut. Schlüssel liegen lassen. Hast du beide Schlüssel liegen lassen? Nee, immer nur den einen, der da liegt. Also, ich habe jetzt einen Schlüssel. Nein. Also, ich habe den Dolch und den kleinen Schlüssel. So, das heißt, jetzt muss ich nur noch herausfinden, welche Schlüssel zum Dolch passt. Und wie finden wir das raus, wenn man ihn hat? Ja, du musst jetzt einfach mit Dolch und kleinen Schlüssel zu jeder Tür gehen. Und wenn du damit keine der Türen aufkriegst, dann nimmst du den nächsten Schlüssel mit dem Dolch bei jeder Tür. Fang doch mal an. Wir fangen doch mal an. Also, wenn ich mal ein Schloss habe und Geheimfallen und Türen einbaue, dann mache ich auch so eine Mechanik. Genau. Dass jeder Einbrecher erst mal 40.000 Gegenstände irgendwo reinstecken, machen, tun muss und den Schlüssel, um dann am Ende ein leeres Verlies zu finden oder so. Genau. Hallo, Benni. Das Spannende, der Fantastic Shark sagt, dann vergisst du, welche Kombination du wofür brauchst. Ich will es dann gar nicht mehr wissen. Es ist dann nicht wesentlich, was für eine Kombi es hat. Hauptsache. Hauptsache so. Ja, ich würde einfach mal sagen, das war das Spukschloss. Also ich erinnere mich, ich habe damals keine eine Tür aufbekommen. Ah, okay. Also, es gilt hier. Aber du hast doch bestimmt, hast du da eine Map zugemalt? Nein. Weil es fühlt sich so an, als wenn es immer die gleiche Map wäre. Mit den gleichen Möglichkeiten. Es könnte sein, dass die Gegenstände, weil ich weiß nicht, ob die eine Runde noch gesagt hat, aber es kommt einfach nicht vorwärts. Also, ich war damals, als ich das gespielt habe, lass mich überlegen, war ich sieben Jahre alt. So, und jetzt lese ich nochmal, aus der Anleitung. Das Spiel lässt sich sehr einfach beginnen. Ein kleines Kind würde sehr viel Spaß daran finden, bloß im Schloss herum zu wandern. Und exakt das habe ich getan. Ich bin nur im Schloss rumgewandert, weil, ganz ehrlich, das kann doch keiner, das geht doch gar nicht. Also, ich finde es ganz nett gemacht, aber die Mechanik, es gibt 25 Schlüssel irgendwo, mit 25 Gegenständen irgendwo, zu irgendwelchen Türen und du stirbst ständig und mit einer kurzen Berührung bist du sofort tot. Und das Springen ist unsauber und das Dritte runtergehen und hochgehen auch. Ja. Du hattest schon gespielt, oder? Ja. Wenn nicht so auf meiner Hitlist, sage ich mal, das Spiel. Ja. Also, wie gesagt, auch das eines der frühen C64-Spieler, die ich Erinnerung habe, weil ich sie im Alter von sieben gespielt habe. Flotschekly sagt, das ist Klagen auf hohem Niveau. Und Tiberius sagt, was macht das auf der Hexenküche-Skala? Ich würde mal sagen, man stirbt nicht. Man stirbt. Ja. Also, man kann das Spiel spielen, ohne ganz so schnell zu sterben, wie bei Hexenküche. Aber, ich glaube, ohne... Du kommst der Lösung, aber dafür auch nicht näher. Bei Hexenküchen stirbst du dauernd, aber kannst wenigstens... Naja, du kannst das ja so machen, dass du sagst, du sammelst ein Gegenstand. Also, jetzt mal unter der anderen, aber das ist immer das Gleiche. Ich glaube, es ist so. Dann musst du dir eine Karte malen, dann guckst du, wo Gegenstände sind. Dann malst du die Türen ein, nummerreste durch. Und dann probierst du einfach Gegenstand einzig. Ich probiere durch, ja. Einfach alles durchprobieren. Und dann kannst du sagen, so, die Tür ist, die Kombin ist es nicht. Und wenn du das über Wochen machst, dann... Weißt du, welche Türen welche sind. Genau. Also, das ist so ein Spiel. Es gibt ja Spieler, die das tun. Also, Roberta Williams hat ja auch Spaß daran gehabt an solchen Spielen und hat deswegen ihre ersten Adventures auch so sehr hart gemacht. Also, ich weiß nicht, ob es das heute noch so hardcore-mäßige Gamer, die so hart drauf sind, aber es gab sicher Leute, die das auch tatsächlich nicht durchgespielt haben. Ja, da kann man sagen, dann Papier, Stift und los geht's. Nee, ich glaube, für einen ersten Eindruck Für einen Longplay ist es jetzt nicht, dass es direkt auf der Seite ist. Genau. Mich würde mal interessieren, gibt es irgendjemanden von den geneigten Zuschauern, die mal irgendeine Tür geöffnet hat in diesem Spiel? Eine! Oder in der englischen Variante The Secret of Cundra würde mich mal interessieren. Und dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Macht's gut! Ad Astra! Fragen soll die Frau sprechen, hieß es hier. Was? Nein! Fragen macht die Frauen stimmung. Nein, 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 nein! Ich kenne ja der Dennis, der zieht das durch von den alten Frauen, junge Frauen, dicke Frauen, dünne Frauen und alte Männer, junge Männer. Das hat der Dennis alles drauf.